Nummer 1 Hallo Holger, hier ist Martina. Es geht um die Überraschung für die Hochzeit von Jana und Marco. Bring bitte eine Schere und buntes Papier mit. Blumen und Stifte habe ich schon besorgt. Wir sehen uns also am 26. März. Bis dann! Nummer 2 Guten Tag, Frau Erdogan. Hier ist Franziska Braun. Ich habe Dienstagnachmittag um 13.45 Uhr einen Termin bei Ihnen. Leider bin ich krank und kann nicht kommen. Ich hätte gerne nächsten Mittwoch einen neuen Termin. Passt es Ihnen um 16 Uhr? Bitte rufen Sie mich unter 33 56 198 zurück. Auf Wiederhören! Nummer 3 Guten Morgen, Frau Kallbach. Martens GmbH, Scharfe. Wir haben Ihre Bewerbung bekommen. Vielen Dank. Wir würden Sie gerne zu einem Gespräch einladen. Bitte kommen Sie am 13. Oktober um 10 Uhr in unser Büro in der Kepplerstraße 28. Ich buchstabiere. K-E-P-L-E-R-Straße Nummer 28. Sie werden am Empfang abgeholt. Wenn Ihnen der Termin nicht passt, rufen Sie uns bitte zurück. Auf Wiederhören! Nummer 4 Hallo, Mareike. ist die 7450 und die Vorwahl für Weimar ist 03643. Viel Spaß und melde Dich, wenn Du wieder da bist. Nummer 5 Hallo Jürgen, hier ist Gerlinde, Deine Schwiegermutter. Ihr kommt doch am Wochenende zu uns. Ich habe für die Kinder eine Überraschung vorbereitet. Keiner darf etwas davon wissen. Bitte ruf mich an, wenn Ihr losfahrt und bringt alle Badesachen mit. Wir treffen uns vor dem Bahnhof und fahren dann zusammen nach Aachen. Tschüss! Musik 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 Untertitelung. BR 2018